guten abend büros heute im test das lollipop vom weko feuerwerk das gab es dieses jahr im aldi für 4 euro 99 zu kaufen ja ist auch ein schönes familien sortiment ein paar raketen und jede menge f1 und bisschen f2 erinnert sehr stark an das fire fantasy aus dem nidl aber ja ich würde sagen schauen wir auf die gesamte nm das set hat übrigens 160 teile schauen wir mal drauf nm liegt bei 120 gramm ja haben wir wie gesagt hier unten ist eine schöne auflistung zweimal knallteufel haben wir da drin knatterfritze dicke brummer zwei römische lichter noch ein paar bienen silberwirbel blitzkinder knatterwelle eine pyro kreise haben wir da drin also sehr viel f1 ich glaube sogar fast nur f1 color sprühe haben wir noch da drin und hier noch die sonnenvögel auf jeden fall eine bunte mischung und ja würde sagen sehen wir uns im test willst du soll ich mal zu dir erzählen kollega zu mir ich brauche die zwei vögel hier der rechte ist f1 der mss ach das sind die ähm wer ist bei mss oft Aber die Fasen haben wir noch nicht. Oh. Ist doch fertig. Ist doch fertig. Ah, zwei direkt. Ja komm ey, film du von Weitem. Ja, ich glaube, das ist glaube ich. Durch mehreren drin. Ja, ich bin zuhause. Nimm mal die Fasen, ja. Ja, war schon schön. Ja, war schon schön. Jetzt... Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, du musst scheiße. Ja. Ja. Ja, du musst du sagen. Ja, sehr schön. Wie soll das denn? Ja. Ich bin ein Lightfoot undgane ein Fasal. Ja. 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 Ja, richtig. Na, da, da! Down, 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 down